Der Wettlauf zum Südpol. Drei Männer. Und eine Frau. Sie sind ein Team in einem unglaublichen Abenteuer. Vier Österreicher am kältesten Ort der Welt. Jetzt wird es leichter, jetzt ist kein Wind da. Wenn es windig war, braucht es länger. Ich muss schauen, dass nichts wegfliegt. In einer Welt voller Gefahr. 400 Kilometer Strapazen. Zu Fuß durch das ewige Eis. Sieht jeder, fragt sich. Sieht jeder, ungefähr. Das ist dein Körpergricht. Der Waffen ist schon zart. Ein Kampf gegen widrigste Bedingungen. Eine Zeit der Entbehrungen. Mit vier Leuten, die ich in das Hälte ... Es ist ein Wahnsinn. Wenn man nur 15 cm Platz hat, ist schon relativ alles sehr, sehr eng. Sobald ich da hinten bin und das Rinderhack, schmeiß ich einen Alex und einen Dummser-Teig rechts. Das ist das Bundesheer, das ist die Elite-Soldatin. Ein fantastischer Wettlauf gegen die Deutschen. Das ist eigentlich mein Beruf, marschieren. Unglaublich, was man im Körper aussuchen kann. Leiden gehört dazu, um besondere Freude erleben zu können. Normalerweise ist es am Leben. Eine Soldatin und ihr Team. Sie geben alles, um zu gewinnen. Der Wettlauf zum Südpol. Ab 24. Februar um 20.15 Uhr auf ORF1.